Die wichtigsten Metaverse, Krypto und NFT-News, kurz zusammengepackt, montags bis freitags, in Podcast-Format. Viel Spaß, los geht's! Es ist Dienstag, der 9. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All in NFT. In der heutigen Folge gibt es Nachrichten aus Brasilien, wo sich der Direktor der dortigen Zentralbank zur Zukunft von Krypto äußert. NFT-Mietprotokoll Re-NFT erweitert sein Angebot. Während der englische Fußballclub FC Everton mit Fancurve kooperiert, investiert der teuerste Fußballer der Welt in den Board 8 Yacht Club. Und neben Eindrücken auf CoinMarketCap und den Flurpreisen auf OpenSea erfahrt ihr etwas zum anstehenden Ethereum-Merch und bei welchem NFT-Projekt ihr physisches Gold bekommen könnt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir die heutige Episode mit einer Nachricht aus Brasilien. Der Direktor der brasilianischen Zentralbank Fabio Araio lobpreist den Bitcoin und gibt dabei an, dass die weltweit größte Kryptowährung Türen für das Web3 und digitale Zentralbankwährung geöffnet hat und der Bevölkerung eine neue innovative Chance von grundlegender Bedeutung bietet. Brasilien selbst hat bereits 2009 damit begonnen sich mit Bitcoin zu beschäftigen, wodurch unter anderem die digitale Zentralbankwährung, da sind wir wieder, CBDC entwickelt wurde. Da in Brasilien Krypto mit großer Popularität begleitet wird, soll nächstes Jahr ein eigenes Pilotprojekt an den Start gehen, wobei erste Ergebnisse für 2024 erwartet werden. Bevor wir auf den anstehenden Ethereum-Merch etwas eingehen, habe ich noch eine Info für euch, die heute gut beobachtet werden sollte, da durchaus mögliche Schwankungen bei Bitcoin und Co. erwartet werden könnten. Denn nachdem in den letzten Wochen die relevanten Quartalszahlen großer Technologieunternehmen im Fokus der Investoren gestanden haben, stehen heute und in den folgenden Tagen frische Daten zur Inflation sowie dem Konsumentenverhalten in den USA wieder im Fokus. Verfestigen sich nämlich die Tendenzen der letzten Wochen und Monate und die Inflation legt weiter zu, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanpassungen in den USA, die somit neben dem Aktienmarkt natürlich auch Auswirkungen auf die Kryptokurse haben könnten. Also immer up to date bleiben, gerade heute aufpassen, was die Inflationsdaten zeigen. Es könnte heute nach oben gehen, es könnte heute nach unten gehen. An dieser Stelle keine Finanz- oder Anlageberatung. Ich sage euch nur, aufpassen an dieser Stelle, wenn ihr investiert seid. Ansonsten werdet ihr spätestens morgen erfahren, was das Ganze ausgelöst hat. Deswegen solltet ihr nicht den ganzen Tag dazu Zeit haben. Einfach den Podcast hören, Abo da lassen, Like und dann wird ihr morgen erfahren, wie es ausgegangen ist. Kommen wir nun zu Ethereum und dem anstehenden Merch. Denn nach vielen Verzögerungen scheint Ethereum, der Merch zu Proof of Stake, nur noch einen Monat und einen Test entfernt zu sein. Aber Investoren schicken ETH bereits jetzt schon auf einen regelrechten Bullenrun. Laut der Kryptobörse Kraken stieg der Preis für ETH im Juli um 59% an. Das ist mehr als das Dreifache des Anstiegs von Bitcoin, wo der Anstieg bei 17% liegt. Investoren setzen darauf, dass eine erfolgreiche Fusion die Inflationsrate von ETH stark reduzieren wird und möglicherweise sogar den Token deflationär machen wird. Unter dem aktuellen Proof of Work System werden Miner mit zwei ETH belohnt, wenn sie als erste eine Art mathematisches Rechenpuzzle lösen und einen Ethereum-Block erstellen. ETH kontert seine Token-Ausgabe an Miner, indem sie eine von Käufern gezahlte Gas-Gebühr, also die Gas-Fees, die je nach Netzwerknachfrage natürlich auch variiert, aus dem Verkehr oder verbrennt das Ganze. Derzeit ist es so, dass mehr ETH für Miner geschaffen als durch Gas-Fees, also durch die Gas-Gebühren entfernt wird, was letztendlich zur Inflation führt. Proof of Stake lässt dann Validatoren stattdessen ihren ETH durch Staken sperren oder einsetzen im Austausch für Rendite auf den jeweiligen Token, also halt auf ETH. Laut einer Studie von RUNA Digital Assets zahlt Ethereum 90% weniger für die Sicherheit des Netzwerks, indem es Staker im Vergleich zu Minern aufgrund des Unterschieds in der erforderlichen Computerleistung belohnt. Wenn die Gas-Fees, also die Transaktionsgebühren, die an Staker gezahlte Rendite übersteigt, wird mehr ETH verbrannt als erzeugt, was zu Deflation und Aufwärtsdruck auf Ethereum führt. Das dann sogenannte Proof of Stake System fühlt sich dann für Aktienerleger wie ein Aktienrückkauf an, sagt Max Williams, stellvertretender Portfolio Manager bei RUNA gegenüber Blockroads. Ich werde euch auf jeden Fall bis zum besagten Tag immer mal wieder up-to-date halten und versuchen das Ganze so leicht, in Anführungsstrichen so leicht und verständlich wie möglich näher zu bringen. Es ist eine Riesensache, es ist riesenkomplex. Der Merch steht jetzt schon seit mehreren Jahren an. Es wird seit mehreren Jahren darum gefuchtelt, dass das von Proof of Work auf Proof of Stake endlich geändert wird. Jetzt ist es soweit, nächsten Monat soll es vollzogen werden. Ihr seht, es ist mega komplex. Ich bin auch kein Programmierer. Auch für mich ist es sehr, sehr komplex. Aber ich denke, gemeinsam werden wir das Ganze jetzt einfach beobachten, wie es in Zukunft aussieht. Die meisten sehen es sehr optimistisch an. Auch der Kurs, wie er vorhin erwähnt, hat sich in den letzten Tagen, Wochen sehr gut nach oben entwickelt. Und die ganz optimistischen unter uns sehen ja Ethereum jetzt auch als den Bitcoin-Ablöser an. Mal schauen, ob es wirklich zu dem Fall kommt. Das sehe ich jetzt noch nicht so, aber ich denke persönlich auch, wie gesagt, keine Anlage-Finanzberatung. Das ist natürlich der Kurs, auch weil es ein Hype einfach ist. Wir wissen selber im NFT-Krypto-Bereich, Hype generiert viel. Und ich denke, deswegen wird der Kurs auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen, bis es dann letztendlich soweit ist, dann auch noch einen Weg nach oben finden. Nach dem kleinen Einblick in Ethereum kommen wir natürlich nun auch zu CoinMarketCap und schauen, wie sich die Kryptokurse in den letzten 24 Stunden verhalten haben. Investoren scheinen der Inflation bzw. den neuen Konjunkturdaten heute doch sehr optimistisch gegenüber zu stehen, denn der Bitcoin konnte heute um 1,4% zulegen und das gerade schon am Morgen bis hin sogar, wo die Wall Street öffnete. Bitcoin befand sich nämlich Anfang des Tages noch bei 22.700 Euro und letztendlich konnte Bitcoin dann sogar einen Peak von 23.700 Euro erreichen, also ein Plus von 1.000 Euro und somit ein Plus von 1,5%. Der aktuelle Kurs des Bitcoins beträgt 23.300 Euro. Wenn wir uns das dann bei ETH anschauen, bei ETH können wir ein größeres Plus verstellen, das ist ja gerade das, was ich gesagt habe. Wenn es nach oben geht in Zukunft, dann gerade bei ETH und auch dann etwas mehr als bei den anderen Kryptowährungen. ETH befand sich Anfang des Tages noch bei 1.689 Euro und auch hier ähnlich wie Bitcoin zur gleichen Zeit kam der Push noch oben von 2,3%, sodass der aktuelle Kurs von ETH bei 1.737 Euro liegt. Mal schauen, wann wir das erste Mal wieder die 2.000 Euro Marke knacken. Das wäre natürlich absoluter Wahnsinn, wenn es jetzt noch im August soweit ist, aber schauen wir optimistisch dem Ganzen gegenüber. Binance, also BNB wieder ein Plus, aktueller Kurs bei 318 Euro, Solana wieder über die 40, hier der aktuelle Kurs bei 41,50 Euro und auch der Dogecoin wieder etwas im Plus gewesen. Wenn wir uns den Apecoin jetzt nochmal genau anschauen, der ist leicht ins Minus gegangen, beziehungsweise hat sich zu gestern groß gar nicht verändert. Ein Minus von 0,04%. Aktueller Kurs des Apecoins bei 7,16 Euro. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie und unserem beliebten NFT News. Beginnen wir die NFT News nach dem Start der europäischen Top-Klubs. Auch hier mit einer Nachricht aus der Premier League aus England. Der Premier League Fußballklub Everton arbeitet zukünftig mit der NFT-Plattform FanCurve zusammen, um digitale Trikots zu entwickeln, die Fans für ihre Metaverse-Avatare zukünftig kaufen können. Die NFT-Shirts werden als fotorealistische Digital High-End Trikots beschrieben, die von FanCurves internem Team von 3D-Mode-Designern kuratiert wurden. Ihre Ästhetik besteht aus Original-Designs im Gegensatz zu den Replika-Trikots, wobei die Inspiration aus der begehrten 144-jährigen Geschichte des Clubs gezogen werden soll. Dabei sollen Trikots unterschiedlicher Seltenheit angeboten, IP-Probleme von Drittanbietern vermieden werden und die Assets nicht nur für eine Song relevant sein. Chris Cook, Senior Vice President bei FanCurve, äußerte sich zu diesem Vorhaben wie folgt, Wir sind stolz darauf, mit einem so renommierten Premier League-Club wie Everton mit seiner fantastischen Fangemeinde und einer reichen Geschichte zusammenzuarbeiten. Wir streben danach, die größte und innovativste digitale Wearables-Plattform für Sportfans auf der ganzen Welt zu sein und wir sehen diese Partnerschaft als eine, die Everton und seiner Community helfen kann, zu wachsen, während wir gemeinsam das Web3-Fußball-Fandom erforschen. Ein Verkaufsdatum und auch ein Verkaufspreis sind noch nicht bekannt. Sollten hier Infos in naher Zukunft folgen, werde ich euch das Ganze up-to-date halten. Was ich auch noch dazu sagen kann, wir in unserer Community im Discord hatten FanCurves schon lange auf der Liste. Wir haben sogar die Genesis-Trikots mitbekommen, bin ich mal gespannt, was da für eine Utility in Zukunft noch kommen wird. Also solltet ihr Interesse an dem Ganzen haben, gerne dazukommen. Up-to-date werdet ihr natürlich auch hier im Podcast gehalten. Kommen wir zu einem Projekt, das vor einigen Wochen den Solana-NFT-Sommer-Hype ankurbelte. Die OKBeers bereiten sich auf den ersten Community-Airdrop vor. Obwohl jeder Airdrop auf seine eigene Weise aufregend ist, erreicht das Vorhaben von OKBeers neue Höhen. Da ist die Verteilung von NFTs beinhaltet, die gegen physisches Gold oder Krypto eingelöst werden könnten. Die als Gründermünze bezeichnete Sammlung umfasst 10.000 Vermögenswerte, denen jeweils zufällig ein Goldgewicht von 0,25, 0,5, 1,5 oder 10 Gramm zugewiesen wurde. Jedes verfügt außerdem über eine Kombination aus handgezeichneten Attributen, die von der Originalkollektion inspiriert sind. Im vierten Quartal, also noch dieses Jahr, können die Inhaber die NFTs einlösen, um ihr zugewiesenes Gold zu erhalten. Wobei jeder aktuelle Preis des ursprünglichen Luxusguts 56,50 US-Dollar pro Gramm beträgt. Da 10 Gramm die Mindestmenge an Gold sind, die sie erhalten können, können diejenigen, die einen NFT mit weniger als 10 Gramm besitzen, diese einlösen und den entsprechenden Barwert erhalten, der in Sol, also Solana oder Dollar ausgezahlt wird. Um Betrugsrisiken zu mindern, werden Founders Coins direkt in die Wallets der Inhaber geliefert, wobei diese auch mit einer dynamischen Lizenzgebühr von 5% eingebettet werden. In naher Zukunft soll die UKBS-Community darüber abstimmen können, wie und wo die Gelder an Wohltätigkeitsorganisationen verteilt werden. Definitiv eine coole Sache, wenn ihr mich fragt. Ich bin gespannt, wie das dann letztendlich ablaufen wird. Aber die UKBS waren ja im Sommer, wie gesagt, echt ein regelrechter Hype und die Umsetzung scheint echt cool zu sein, mal was Neues. Bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft da weitergeht. Up-to-date werden wir das Ganze hier auf jeden Fall auch halten, denn das werde ich auf jeden Fall auch persönlich weiter beobachten. Reich, erfolgreich und schön. Das haben Stars wie Justin Bieber, Ashton Kutcher und Katy Perry mit Bitcoin, Blockchain und NFTs am Hut. Auch der weltweit teuerste Fußballspieler Neymar, der damals für 222 Millionen US-Dollar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, investierte einen Teil seines Gehaltes in den Kauf eines Sport-Apes von Juga Labs. Satte 189 E's, damals waren es noch 570.000 US-Dollar, legte Neymar für den Ape Nummer 5269 auf den Tisch. Doch das war es nicht, denn im Januar dieses Jahr sollte es noch ein zweiter werden. Der Ape mit der Nummer 6633 gelangte dann für 159 E's. Damals waren es auch umgerechnet noch 374.000 US-Dollar in seinem Besitz und wurde auch zugleich sein Twitter-Profilbild, wodurch er gleichzeitig einen Tweet absetzte und dabei festhielt, I am an Ape. Neymar ist aber nicht der Einzige, der sich mit NFTs eine digitale Identität verschafft hat. Dazu zählen die bereits eben genannten Weltstars, aber auch Prominente wie Mike Tyson, Heidi Klum, Snoop Dogg oder Eminem. Interessant wäre es auf jeden Fall mal zu wissen, wer von der High Society das Ganze als innovative Investition sieht oder einfach nur einem Hype folgt, um dabei einfach dabei zu sein. An Snoop Dogg beispielsweise sehen wir ja, dass die eigenen NFTs nicht nur als Staatssymbol fungieren, sondern durch clevere unternehmerische Marketingstrategie auch wertvoll eingesetzt werden können. Definitiv eine sinnige Sache, so sollte es ja auch bei dem WooMood sein. Wer das Ganze verpasst hat, gerne mal die Podcast-Folge vom Montag anhören. Da erfahrt ihr da auf jeden Fall mehr zu. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem wichtigen, nächsten und unserer letzten Kategorie OpenSea und wir werfen einen Blick auf die Floorpreise. Los geht's! Auf Platz 1 die Crypto-Dick-Bucks. Die hatten wir ja schon in den letzten Tagen bzw. in letzter Woche mal kurz erwähnt. Die sind auf Platz 1 mit einem Handelsvolumen von 550 E's. Also sehen Handelsvolumina in den letzten 24 Stunden nicht sehr hoch, aber der Floorpreis massiv gestiegen. Mittlerweile bei 3,5 der Floor. Definitiv interessant und da werde ich mich mal rennen setzen, denn das Projekt interessiert mich dann doch, wenn es jetzt so eine große Aufmerksamkeit hat. Muss ich mich mal ransetzen. Werde ich machen, denn die standen auch in den letzten Monaten noch bei ca. 1 E's oder 1,5. Also wir sehen massiver Preisanstieg hier. Mal schauen, was da in Zukunft noch kommen wird. Other Deed mit einem Floorpreis von 2,14. Die Mutant Apes bei 16,5. Die Moonbirds kommen auf die 15. 15,6. Wahnsinn, wo die hingehen. Also hier scheint Kevin Rose und das ganze Theater doch sehr, sehr starke negative Auswirkungen auf die Moonbird zu haben. Die Potatoes halten sich bei 1,38. Wenn wir uns hier so weiter mal anschauen, Clone X mit einem Floorpreis von 8,4. Jetzt kommen wir schon so langsam in den Bereich der V-Friends auf 65 mit einem Floor von 6,5. Die gehen echt auf die 6 schon wieder zu. Invisible Friends bei 2,2. Die V-Friends der Series 2 bei 0,42. Und dann schauen wir uns einmal 99 Platz 100 an. 99 haben wir Rengar Blackbox mit einem aktuellen Floor von 0,62. Und auf Platz 100 Fluff World mit einem Floorpreis von 2,44. Wir sehen also hier, jetzt mal abgesehen vom Platz 1, die Crypto-Dick-Buds. Sehr, sehr viele Blutschips-Projekte auch, die am sinken sind. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Auch bei steigendem ETH-Preis natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was so hier der Floorpreis dann angeht. Naja, das war es auf jeden Fall an dieser Stelle für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne Bewertungen da, abonniert gerne den Kanal. Gerne mal die Social-Links in der Beschreibung abchecken und auch dem Discord beitreten. Solltet ihr Interesse an dem ganzen Weitern haben und euch mit weiteren Leuten auch austauschen. Gerne auch der All-In-NFT-Community beitreten. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.